Die Hilfe, die ausgeblieben ist in den ersten Tagen, da gibt es ja Gründe dafür und es gibt auch Gründe und Ursachen dafür, warum dieses Erdbeben dieses Ausmaß erreicht hat. Also es sind, ich glaube, offizielle Zahlen sagen, es sind insgesamt 50.000 Menschen gestorben, über 200.000 Häuser zerstört. Alle Leute, die wir getroffen haben vor Ort, haben gesagt, es sind mindestens 100.000 Menschen, wenn nicht mehr, die unter diesen Trümmern liegen, also die auch diesen offiziellen Zahlen nicht geglaubt haben. Und es gibt verschiedene Ursachen und Gründe dafür, dass dieses Ausmaß, was ein Gebiet von über 100.000 Quadratkilometer betrifft, also mit Türkei und Syrien, also wirklich großes Gebiet, warum das Ausmaß der Toten so groß ist. Also da, glaube ich, gibt es mindestens drei Punkte, die man sagen muss. Zum einen ist die Region in der Türkei, das sind die kurdischen Gebiete, strukturell, historisch in der Türkei benachteiligt oder bis hin zu diskriminiert, kann man sagen. Unter Erdogan wurde der Katastrophenschutz zentralisiert, also es sind zentralisierte Strukturen, die in diesen Regionen einfach nicht sofort in der Lage waren zu handeln, sondern es über diese staatliche Lenkung eben zu lange gedauert hat, die Rettungs- und Bergungsteams dorthin zu bekommen, wo sie hätten helfen müssen. Und es gab eben keine ausreichende Vorbereitung auf dieses Erdbeben. Also 1999, nach dem großen Erdbeben in der Marmarameer, ist eine Erdbebensteuer eingeführt worden. Da sind, ich glaube, über 30 Millionen eingenommen worden und es wurde aber eben nicht, oder so wurde uns das immer berichtet, wurde eben nicht in die Prävention oder in die Erdbebenprävention gesteckt, sondern es wurden hauptsächlich Straßen und Brücken gebaut, was für eine Zugänglichkeit bestimmter Regionen gut ist. Aber es hat gefehlt an Orten, wo sich Menschen in so einer Erdbebensituation versammeln können, an Gemeindezentren, die erdbebensicher gebaut sind, wo Leute in so einer Situation sich hinflüchten können. Diese ganze Frage des erdbebensicheren Baus ist in der Türkei ein Riesenthema. Also es gibt, die Türkei ist ja bekannt für ihre neoliberale Baupolitik, die unter der AKP ja nochmal besonders unterstützt wurde oder gefördert wurde. Das heißt, ganz viele Bauunternehmer sind regierungsnah, bauen viel zu schnell, benutzen schlechte Materialien und es gibt keinen staatlichen Kontrollmechanismus, der diese Häuser auf Erdbebensicherheit prüft. Im Gegenteil, ich glaube, es war 2017, als es ein Wahlversprechen von Erdogan war, illegal gebaute Häuser zu legalisieren. Das ist in einem riesigen Ausmaß passiert damals und wir haben uns in Djabakir mit der Architektenkammer getroffen, die gesagt haben, das wäre der Zeitpunkt gewesen, wo es einen staatlichen Eingriff hätte geben müssen, diese Häuser zumindest auf eine Erdbebensicherheit zu prüfen. Bei der Architektenkammer haben sie uns außerdem einen Bericht der Katastrophenschutzbehörde AFAD gezeigt, in der 2020 schon eigentlich genau das Szenario, was jetzt eingetroffen ist, vorhergesagt wurde. Also mit Karten, wo das Epizentrum gezeigt wurde und auch die betroffenen Gebiete, die Ausdehnung des Erdbebens. Und das ist natürlich total fatal, dass es völlig klar war, dass das bald passiert. Also dass dieses Erdbebensszenario eins ist, was sehr real ist und dass eigentlich keine Maßnahmen getroffen worden sind, sich darauf vorzubereiten. Also ich denke, davon ist auszugehen, Erdogan hält ja daran fest, dass die Wahlen Mitte Mai stattfinden sollen. Das war in den ersten Wochen des Erdbebens, glaube ich, sehr unklar, ob das überhaupt möglich ist, daran festzuhalten. Auch logistisch gesehen ist immer noch eine Frage, ob das passiert. Aber es ist völlig klar, dass spätestens jetzt oder spätestens ab dem Zeitpunkt, wo Erdogan verkündet hat, dass an diesen Wahlen festgehalten wird, die Frage der Hilfe, des Wiederaufbaus, der Versorgung der Leute eine absolut politische Frage ist und wird, quasi vorher auch schon. Und dass sie Teil des Wahlkampfes ist. Und das heißt, man muss jetzt genau hinschauen, wo Hilfsgelder verteilt werden und wie der Wiederaufbau stattfindet. Und die Leute, mit denen wir vor Ort gesprochen haben, haben uns schon damals davor gewarnt, dass Erdogan dieses Erdbeben zum einen dafür nutzen wird, die Assimilierungspolitik und auch die Vertreibungspolitik der Kurdinnen fortzusetzen. Das heißt, Familienmenschen aus den kurdischen Gebieten, die evakuiert worden sind, über drei Millionen Menschen sind aus den Gebieten evakuiert worden, dass die sozusagen Wohnungen in der Westtürkei versprochen bekommen, aber nicht in ihrer Heimatstadt oder so. Also es gab Gespräche darüber, ob es so Städtepartnerschaften gibt zwischen den zerstörten Städten und Städten der Westtürkei, die die Menschen aufnehmen, was ja erstmal total gut und solidarisch ist, weil die Menschen brauchen ein Dach über dem Kopf. Aber dass das sozusagen Regierungspolitik ist, die Demografie zu verändern in der Region. Erdogan hat ja schon am dritten Tag, glaube ich, angekündigt, dass jede betroffene oder jede obdachlosgewonnene Familie, Person innerhalb von einem Jahr wieder ein Dach über dem Kopf haben sollen. Und es ist eigentlich völlig klar und alle Expertinnen sagen, dass es ein total unrealistisches Szenario ist, innerhalb von einem Jahr all das, was zerstört wurde, wieder aufzubauen, sondern die Leute, mit denen wir vor Ort gesprochen haben, die sich auch in dem Bereich so ein bisschen auskennen, haben gesagt, es wird mindestens fünf Jahre, wenn nicht länger dauern, die gesamte Zerstörung wieder aufzuräumen, den Wiederaufbau zu machen, wenn man ihn auch erdbebengerecht machen will. Und es gibt gerade in den Zentren, in den Gebieten des Epizentrums eine relativ hohe AKP-Wählerschaft. Auch Kurden, die AKP wählen. Das heißt natürlich jetzt davon auszugehen, dass viele der Gelder, die zugesagt worden sind, auch internationale Gelder für den Wiederaufbau, Hilfsgelder, dass sie erstmal in diesen Gebieten, wo auch Erdogan eine hohe Wählerschaft hat, dass da der Wiederaufbau beginnt oder sozusagen diese Versprechen, die er gemacht hat, wahrgemacht werden. Weil das ist zumindest das, was wir auch in den Tagen, als wir da waren, mitgekriegt haben, dass viele Leute, die bis dahin, bis zum Erdbeben eigentlich immer noch hinter Erdogan und der AKP standen, jetzt das erste Mal gesagt haben, der Staat war nicht da oder wir wurden im Stich gelassen. Dass es wirklich so eine Zäsur ist, die Wut in der Bevölkerung über das staatliche Versagen, das ist ein Moment, wo man dann hat eine neue Dimension erreicht. Und ich glaube, da muss Erdogan auch mit den Umfragewerten, die wir aktuell haben, auf jeden Fall umsteuern oder versuchen zumindest seine Kernwählerschaft, die schon in den Gebieten Marasch, Hatay, da gibt es einfach eine große AKP-Wählerschaft, die zu erreichen. Vor allen Dingen, weil deutlich geworden ist, nicht nur von den Orten, von denen ich jetzt erzähle, der Pasacik und auch Marasch, auch in Jabakir, da hat einfach die Opposition relativ schnell eigenständig Hilfe organisiert. Und das haben die Leute mitgekriegt, dass sie eben die Hilfe von den Zentren, den Hilfskonvois der Opposition bekommen haben und nicht von den staatlichen Strukturen. Und das heißt, auf jeden Fall ist die Frage des Wiederaufbaus und auch die Frage der weiteren Hilfe eine absolut politische Frage in den nächsten Wochen und Monaten. Dafür ist ja die Türkei und gerade die Baubranche bekannt, dass sie sehr nah an der Regierung ist, dass sie Teil dieses klientelistischen Systems ist. Und das ist natürlich davon auszugehen, dass auch jetzt die Regierung an genau diese Bauunternehmen die Aufträge des Wiederaufbaus verteilt. Und ich glaube, eigentlich bräuchte es jetzt unabhängige, wahrscheinlich sogar internationale Stellen, die darauf schauen, wie diese Aufträge des Wiederaufbaus verteilt werden und wie auch erdbebensicher jetzt gebaut wird. Aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass in der Schnelle der Zeit, die Erdogan angekündigt hat, die Frage der Erdbebensicherheit hinten rüberfallen kann. Ich glaube, dass es eine große Zäsur ist, auch für die Frage der Wiederwahl von Erdogan. Ich bin noch vorsichtig zu sagen, er wird wirklich abgewählt, weil ich nicht weiß, ob Erdogan wirklich abgewählt werden kann oder ob es nicht die Frage des Wahlbetrugs und der Korruption und so weiter ihn nicht doch irgendwie an der Macht halten kann. Aber die Unzufriedenheit und die Wut auch in der Bevölkerung über die ausgebliebene staatliche Hilfe und auch über die ausgebliebene staatliche Unterstützung, vor allem in den ersten Tagen dieses Erdbebens. Und eigentlich bis heute ist, glaube ich, so stark. Und da meine ich jetzt gar nicht nur die betroffenen Gebiete, sondern das hat sich auch umgesprochen, auch in der Türkei. Und ich fand das auch hier in Deutschland beispielsweise relativ, es gab eine relativ kritische Berichterstattung auch über die ausbleibende Hilfe, über die Korruptionsfälle oder über die Skandale, wo der türkische Halbmund dann die Zelte verkauft hat, anstatt sie einfach auszuliefern oder auch Konserven verkauft wurden. Also es gab relativ viele Vorfälle, über die berichtet worden ist und die, glaube ich, diese Stimmung vor Ort ganz gut nach außen gebracht haben, was ja sonst immer versucht wird. Ich meine, das ist in diesen Tagen auch passiert. Also alle, viele Journalisten, die regierungskritisch berichtet haben, wurden festgenommen und es ist auch in den ersten Tagen das Internet mal kurz abgestellt worden. Also es wurde schon versucht, da so ein bisschen gegenzusteuern, aber es ist eben nicht gelungen. Und ich glaube, dass diese Stimmung sich gerade schon noch weiter trägt und sich vielleicht auch im Wahlergebnis niederschlägt. Also ich glaube, die Verhaftung von diesen Bauunternehmern, das ist ja relativ früh schon passiert. Oder es war klar, das war, glaube ich, so das erste Zeichen der AKP-Regierung. Man tut jetzt was, man sucht Verantwortliche und präsentiert die auch, indem man sie inhaftiert und juristisch vorführt. Aber gleichzeitig ist, glaube ich, auch klar, dass das so ein bisschen jetzt die Bauernopfer sind, im weitesten Sinne gesprochen. Also die vielleicht von der politischen Verantwortlichkeit ablenken sollen. Die AKP hat, glaube ich, schon in der ersten oder in der zweiten Woche des Erdbebens eine unabhängige Untersuchungskommission im Parlament eingefordert. Das wurde natürlich abgelehnt. Ich glaube aber, eigentlich müsste es sowas auch auf Druck der internationalen Gemeinschaft, ehrlich gesagt. Bräuchte es jetzt eine unabhängige Untersuchungskommission, die sich nochmal genau anschaut, Was hat es mit der unterlassenen Hilfeleistung von Affat, dem Katastrophenschutz auf sich? Wo sind die Hilfsgelder hingelaufen? Was ist mit der Erdbebensteuer eigentlich passiert? Was ist mit dem erdbebensicheren Bau passiert? Vor allen Dingen in dem Wissen darum, dass dieses Erdbebenszenario vorhergesagt wurde schon vor zwei Jahren. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Punkte, die man jetzt unabhängig untersuchen müsste, aber die unter der AKP-Regierung sicherlich und auch sicherlich nicht jetzt vor den Wahlen angegangen werden.